einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen hier zu poppyhausen 2 wir sind mal wieder hier auf dem server drauf und haben ja in der gestrigen folge das dach fertiggestellt und somit das gebäude eigentlich grundtechnisch fertiggestellt jetzt aber keine angst liebe freunde es wird kein bauevent sondern ich produziere hier einfach vor für meinen urlaub hört ihr auch noch daran dass ich immer noch verschnupft bin obwohl das jetzt schon bald über eine woche ist ja liegt einfach auch daran dass ich halt in eins versuche durchgehend aufzunehmen deswegen also ich fahre am kommenden freitag in den urlaub und damit ihr dann auch versorgt zeit und jeden tag an mindestens eine folge kommt vielleicht kann auch zwei folgen mal gucken nämlich natürlich einmal eine große session im vorfeld auf und dementsprechend sind das folgen die schon etwas älter sind auf jeden fall für mich zumindest aber nicht für euch und dementsprechend ist es halt so geht es hier mit dem vorbau weiter also ich habe in der kirche muss ich dazu noch sagen das heißt wenn ich schon hier bin kann ich auch was mitnehmen habe im vorfeld von der kirche schon dinger dinger sei schon habt noch ein bisschen was verändert offscreen eben und zwar habe ich sorry wenn es ein wenig leckt ich lade nebenbei schon ein paar folgen hoch du willst mir davon nicht sagen oh ja das ist halt der knackpunkt es ist halt sehr dunkel und dementsprechend habe ich schon mal angefangen hier auszuleuchten aber es reicht noch nicht das heißt ich habe da oben habe ich die ganze reihe durchgezogen ich habe hier an der seite noch mal was gemacht dass es so ein bisschen kirchlich ausschaut jetzt werden wir den boden noch mal machen und dann will ich da oben entsprechend bisschen verzieren dass es so ein bisschen schicker aussieht hier müssen bänke rein da muss jeder alter hin ich habe hier oben beim glockenturm hier fällt mir auf die türen sind noch gar nicht drin dann hier muss ich auch noch bilder beleuchtung belicht und beleuchtung rein machen ich habe hier oben beim glockenturm habe ich die fenster raus gemacht ich habe hier keine fenster reingebaut sondern eben halt holz zäune damit wenn die glocke dann hier hängt auch vernünftig schwingen kann und sowas alles das ist halt wie beim glockenturm auch das heißt ich werde hier dann höchstwahrscheinlich mit der treppe aufhören und werde hier eine klappe hin machen so dass der küster so heißt der typ der die kirche verwaltet auch dann hoch und runter latschen kann und dann müssen wir mal gucken was wir hier in den turm noch mal reinbauen was was das dann soll dann müssen wir erstmal schauen mal sehen so ich habe vor die kirche mit teppich auszulegen deswegen ist der untergrund ja eigentlich völlig egal aber ich muss hier beleuchtung rein bekommen und das ist halt der knackpunkt weswegen ich jetzt hier wieder alles kaputt mache und geht ja so weit runter das ist ja scheiße egal also wir latschen ja einmal dran lang und dann werden wir hier so ein bisschen licht rein kriegen ich habe mir überlegt gerade eben ich mache das mal durchgehend und werde hier vorne allerdings so viel platz lassen so und dann wollen wir mal gucken ich war ja in der hölle habt so ein bisschen glows down gesammelt habe ich ja gesagt gehabt und durch die glückshacke ist ja so ein bisschen was rausgekommen äh du arsch dies und das meine ich und das ist halt so ein bisschen nervig hallo wo ich dich doch jetzt erstmal ist doch gut ist doch alles gut mensch wir bauen doch nicht dass ich hier alles abhacke das wäre nämlich jetzt doof so ähm ne wie gesagt mit der glückshacke ist es halt so da kam dann ordentlich was bei rum so dass ich halt entsprechend genug glowstone dann habe so jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen wie breit mache ich die bänke mache ich die vier oder mache ich die fünf ich setze mal spaßigshalber da ein hin so datei wir machen eins zwei drei vier so dann mache ich das hier noch mal was habe ich gesagt ich habe jetzt ein freigelassen genau ein freigelassen so das muss ja ein bisschen gleich aussehen deswegen ist es halt das war und so ein bisschen ja genau vorbereiten das war zu viel das guten und von dem her müssen wir beigehen dass wir hier vernünftig abgrasen können sozusagen nur nicht zu viel sonst wird es problematisch so ich habe und knochen so das hier ist mein punkt zum annehmen das heißt dahin so dann können nämlich hier auch mit glowstone noch mal auslegen dann haben wir nämlich schon mal die erste beleuchtung soweit fertig und ich glaube das wildeste ist dann noch mal die mitte dass die mitte entsprechend ausgeleuchtet ist dass wir erstmal wieder keiner mehr sparen kann das ist das ist die hauptsache so dass der eine punkt so dann müssen wir mal gucken dass wir hier die sitzbänke mit hinsetzen was habe ich das gemacht ich habe gemacht vier dann nehmen wir uns diesen mal an so dann gehen wir mal bei 1 2 3 4 dann würde ich sagen close down teppich close down 1234 close down teppich close läuft das finde ich gut so würde ich das glaube ich machen wollen dann haben wir nämlich hier für die große runde die sitzbänke und beleuchtung das finde ich glaube ich richtig gut sondern kann man nicht weitermachen hier und schon wird es hell um das mal so dezent auszudrücken und haben dann nicht mehr die große gefahr dass hier so ein dummes ding spawn der hier nicht in die kirche gehört sondern woanders her das heißt den können wir seine eigene kirche bauen wurde ja auch gefragt bin ich ja schon darauf eingegangen wenn einer eben nicht christlich ist sondern irgendwas anderes gibt ja genug glaubensbekenntnisse heutzutage oder glaubensgemeinden ich sollte aufpassen dass ich hier nicht allzu viel kaputt mache da ist es ja so dass man da verschiedene gottes häuser dann baut im endeffekt und dabei ist es dann egal an was er glaubt ob an ein buddha glaubt oder einem allah oder wie noch immer das sei dahingestellt tut mir leid dass meine stimme gerade so ein bisschen abhaut aber es ist halt wenn man so ein bisschen kränkelt dann ist das halt einfach so irgendwann dann macht die stimme alles nur nicht das was soll so ich denke mal dass man eine urlaubsvorbereitung gerade fahre dass ich da schon wieder einigermaßen durch bin und eben nicht mehr so rumkriegel sondern vernünftig sprechen kann und dass ich dann auch einen schönen urlaub antreten kann am freitag denn ab freitag sind wir nämlich auf feemann oh nein du darfst hier nicht hinten macht das bloß nicht kaputt du penner du spinnst wohl was steht ja einfach so in der kirche rum ohne witz geht gar nicht dann haben wir nämlich auch ein bisschen was davon so dann geht das weiter im übrigen habe ich auch im zuge der vorbereitung lese ich ja ab und zu ein paar kommentare auch von den folgen die ja täglich kommen und da hat sich einer an kritik oder doch in kritik entnimmt und die muss ich sagen die war schön muss ich sagen die kritik die war nicht einfach nur du bist ein öschloch so wie man es sonst immer kennt sondern es war tatsächlich mal eine kritik wo sich derjenige welche hingesetzt hat und einen kopf gemacht hat was ihn stört und was er gerne anders hätte und zwar geht das darum dass er das doof fand dass ich halt die gebäude immer vorgebe und die nicht verändert werden dürfen so dass dann eben der kreativität des einzelnen bauers also sprich auf dem bauserver man auf dem bauserver eben nicht nicht mehr so austoben kann entschuldigung für meinen kleinen verhäspler eben alter das gibt es doch gar nicht so wie ich mich verhäsple so baue ich auch nee das hat einfach nicht die möglichkeit gegeben ist alter schwede was mache ich mir jetzt hier bloß nicht kaputt alter das hat kaputt kannst du schon gehen aber nicht nicht explodieren bitte bitte nicht bist du tot ne er ist nicht tot alter wo bist du jetzt bist du tot ne opfer so ich mach hier gleich erst mal zu dass die typis oh nee jetzt habe ich keinen glostone mehr muss ich echt noch mal in die hölle rein mann passt dich ja ich gehe in die hölle um die kirche zu bauen läuft bei mir ne und da hat die waren das war das jetzt so gewesen ne gott sei dank wie gesagt der hat sich da so ein paar gedanken drüber gemacht und hat gesagt ey pass auf ist ja ganz gut und schön was du so machst aber es kotzt mich an dass ich mich eben nicht austoben kann und verwirklichen kann so wie ich es gerne hätte und ein snibbles kommt und von daher hat er dann gefordert dass ich eigentlich nur ein gebäude vorgebe in dem ich sage was es werden soll also ein krankenhaus zum beispiel so dann könnt ihr loslegen und könnt euch selber bauen wie ihr das gerne hättet finde ich persönlich natürlich für denjenigen welchen wie dich da draußen cool und ist halt das problem dass allerdings dann die gebäude durcheinander gewürfelt werden also es wird dann nicht mehr das das wird dann nicht mehr das wie ich es mir vorstelle sondern so wie ihr es euch vorstellt verstehst du das schuldigung ist der hintergrund warum ich die gebäude immer vorgebe und entsprechend dann das habe wie ich es gerne hätte so ich gehe mal kurz pennen und macht damit mal ein cut so ich musste mal eben schneiden weil ich musste mal ins telefon reingehen und deswegen alter man hält das geht gar nicht und deswegen musste ich schneiden also einfach weil ich telefoniert habe musste ich schneiden mit in der aufnahme ist das halt so entschuldigung dass ich mich so ein bisschen räusperer aber ich habe ich habe gerade meine stimme gehört na ist so ein bisschen anstrengend auch für mich deswegen so ich habe mir noch ein bisschen glowstone besorgt und mit diesem glowstone latsche ich noch mal in die kirche und dann habe ich hoffentlich die kirche so weit beleuchtet dass sich da keiner dran stört ansonsten setzen wir einfach noch ein paar fackeln hin und dann sollen die mich an die füße fassen dann muss das funktionieren ganz einfach so sage ich das mal ja siehste schon ist keiner mehr da ich habe nämlich schon gedacht dass hier wieder einer drin steht aber es scheint offensichtlich hell genug zu sein und wenn wir das ganze jetzt eben mit dem teppich noch verkleiden dann sollte das eigentlich passen meine meinung nach so dann haben wir wie machen wir das mit dem holz machen wir mal helles holz hin wir machen dunkles holz hin sagen wir ja was was sieht denn besser aus wir machen jetzt einmal birke und wir machen einmal warte mal wir können das ganze ja hier hin ziehen so die leute kommen rein wir machen das mal so ganz klassisch oder machen wir das so ja geil kein ton beim setzen sowas ich glaube dunkel sieht besser aus ne in der kirche ist es ja eigentlich immer dunkel das dunklere ist ja immer so ein bisschen edler oder wollen wir mal gucken ob wir noch schwarzeiche finden wäre auch eine maßnahme ne wir können auch mal eine runde schwarzeiche suchen mal sehen wie das aussieht vielleicht sieht das ja besser aus so und dann können wir nämlich auch die bänke vielleicht kann man eigentlich netherstein oder oder wie gesagt netherrack kann man das brennen und daraus ziege machen ja ne ich glaube das war so dann können wir noch daraus die sitzbänke machen das finde ich glaube ich cool warte mal ich gehe mal gucken ich gehe mal gucken kommen sie mal her habe ich die hier nicht irgendwo ist da schon was drin ne da ist natürlich noch nichts drin aber ich habe hier netherrack naja das kann man doch brennen oh ja cool das kann man brennen das läuft was auch dann lass uns den kack doch brennen dann machen wir daraus doch ganz einfach die ähm haben wir da auch noch was drin nein dann machen wir daraus ganz einfach die äh bänke glatz glatz weg so drei öfen haben wir noch offen drei offen so dann können nämlich alle öfen brennen und haben nämlich alle was zu tun das ist nämlich voll gut weil wenn man nämlich dann den ding ins haben ist das sand ne das ist kein sand ich habe gar keinen sand hier kann das sein oh ne stimmt ich habe gar keinen sand einsortiert na gut dann machen wir das wieder oben ist auch kein thema genau dann soll er den brennen und dann können wir nämlich aus den ziegeln können wir dann nämlich die sitzbänke machen das finde ich voll gut muss ich mal so ganz klar sagen dann machen wir daraus die sitzbänke und können auf dem wege dann auch die dings machen ähm die schwarzeiche vielleicht fehlen wir ja noch welche vielleicht ist es ja so dass noch keiner die ganze schwarzeiche aufgenascht hat und dementsprechend kann ich sie dann weiterverwenden das finde ich voll gut weil die habe ich ja hier irgendwie mal eingebaut das schwarzeiche ja sieht gut aus das finde ich voll gut dann können wir die nämlich neu anpflanzen dann hat nämlich der liebe one moment der hier sein haus hat äh sein bäumchen wieder oder er pflanzt seine eigene andere an dann muss er sehen das kriegen wir schon irgendwie hin so wo war ich kleben geblieben ähm ich hatte glaube ich mal angefangen zu erzählen ich weiß auch gar nicht ob ich das jetzt zu ende gebracht habe weil dieses telefonat eben mich schon ein bisschen durcheinander gebracht hat ähm über die geschichte dass ich da eine kritik bekommen habe die ich richtig gut finde denn sie ist geschrieben ähm mit mit einem vernünftigen vorschlag wobei dieser vernünftige vorschlag äh habe ich ja schon erklärt liegt dabei in meinen in meinem betrachten ähm mit drin er hat gesagt habe ich ja schon erzählt ähm dass er das doof findet dass ich die gebäude immer vorgebe und ihr die erbauer die helfer äh nichts dran ändern dürfen und ähm dass er ganz gerne seine freiheiten hätte ich glaube das habe ich schon gesagt äh wo ich dann auch gesagt habe finde ich persönlich nicht gut weil nämlich dann jeder das baut was er für richtig hält und wenn ich dann sage nee das möchte ich aber nicht weil es sind dann geile Gebäude ihr könnt alle geil bauen ne das steht völlig außer Frage ihr könnt alle geil bauen gerade beim Rathaus auch da ist es mir sehr schwer gefallen geschweige denn beim Schiff ähm da ist es mir sehr schwer gefallen das ähm das richtige zu nehmen ähm da ist halt einfach auch der Punkt ähm beim Schiff okay da war es jetzt nicht so wirklich äh tragisch dass das Snibbles das umgebaut hat beim Rathaus da hätte ich schon gerne die Grundform weiter behalten da hat allerdings der One Moment gesagt okay ich verändere das ein kleines bisschen okay konnte ich mit leben beim Haus da habe ich mir schon was bei gedacht mit dieser Grundform ähm wenn da jetzt natürlich einer anfängt mit so einem modernen Tempel hinzusetzen ähm so einen richtig hypermodernen Tempel dann äh muss ich sagen hat da das Thema verfehlt aufgrund dessen dass es eben halt klar schon im modernen Stein gebaut wurde aber nicht so hyper mega modern aufgezogen weil die Häuser hier auch alle eckig und kantig sind wenn jetzt hier ein Viertel gewesen wäre wo die Häuser auch so mit so einem runden Dach das äh da sah zum Beispiel ein Haus aus wie die Mercedes-Benz Tribüne auf dem ähm auf dem Hockenheimring zum Beispiel fand ich persönlich nicht hässlich natürlich nicht es war schon geil die Form von außen aber das Innenleben ähm war jetzt für mich persönlich nicht so der Kracher dass ich gesagt habe ja das ist es ne also von innen mit viel Redstone Technik zum Beispiel war es auch dabei gewesen richtig cool gemacht ne auch mit dem versteckten Garagentor und sowas alles aber ähm es war halt vom Innenleben her nicht so das wo man dann auch vernünftig dann später mal ein Roleplay betreiben könnte und deswegen habe ich gesagt ich gucke mir weil es gab wirklich Etagen ähm oder Häuser die haben eine Etage gehabt die sah richtig geil aus dann ging es weiter bis in die nächste Etage gelaufen habe ich ja schon gesagt da war die Etage die passte dann nicht mehr zur unteren Etage zum Beispiel ne da gab es dann ähm tatsächlich Differenzen wo ich gesagt habe Mann wenn man das zusammenwürfeln könnte wäre das richtig geil und so habe ich dann gesagt okay dann ähm überlege ich mir was und nehme in diesem Fall als logischste Konsequenz ähm nehme ich gar keinen mit rein und sage ganz einfach okay dann äh wird zwar der ein oder andere wahrscheinlich jetzt ein wenig enttäuscht sein was ich auch völlig verstehen kann völlig verstehen weil ihr gebt euch da echt Mühe ich weiß was es an Zeit kostet wie viel Zeit das kostet ähm so ein Ding zu bauen und dann sagt der Doofkopf da am anderen Ende äh nö ähm ich kann es voll verstehen na aber versteht mich bitte auch ich möchte gerne eine Stadt aufbauen wie sie mir gefällt und nicht wie sie anderen gefällt und das ist halt der Hintergrund warum ich halt die Sachen immer vorgebe es wird natürlich nach meinem Urlaub geht es ja weiter mit den Bau-Events es wird natürlich ähm wird es natürlich einen geben der äh ein Bau-Event geben wo es dann heißt so pass auf das ist Thema macht was ähm wo ich dann kein Gebäude vorgebe wo ihr dann selber bestimmen könnt was Tango ist gut genug geredet in diesem Sinne bewertet den Part würde ich mich drüber freuen äh von euch nochmal ein paar Sachen zu hören ähm und dann sehen wir uns morgen wieder lasst ein Abo da verpasst ihr keine Folge und ich freue mich tatsächlich auf meinen Urlaub bis dahin danke fürs Zuschauen Tschüss